Vergessen Sie alles andere. Vergessen Sie, womit Sie sich beschäftigen. Vergessen Sie auch die Idee, dass jetzt die ARD doch endlich kapiert hat, dass das mit Corona irgendwie alles nicht stimmt und so weiter. Das wird nicht passieren. Schon in der gestrigen Sendung und so weiter wurden wieder die Testzahlen dargestellt, als gäbe es nichts anderes und so weiter. Also das heißt, die Politiker und die Journalisten werden es nicht riskieren, einen Gesichtsverlust zuzulassen. Sie werden bis zur Bundestagswahl niemals einräumen, dass sie einem vorteilbringenden Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtum der Pharma- und Impfindustrie aufgesessen sind. Das werden die niemals einräumen. Da können Sie reden, so viel Sie wollen. Vergessen Sie all diese Bemühungen. Das bringt alles nichts mehr. Jetzt das Tagesthema sagt das, wie es richtig geht. Oder vergessen Sie auch all die Bemühungen, die Sie vielleicht in einer NGO oder sonst wo machen. Das können Sie alles vergessen. Das können Sie alles vergessen. Es ist alles wertlose Zeitvergeudung. Denn die Lösung für die Menschheitsfrage ist da. Mit der Kurzformel VIs aussterben lassen durch PAs, also vorteilbringende Irrtümer aussterben lassen durch positive Anreize. Nur das kann die gesamte Menschheitssituation um hunderttausende Kilometer verbessern. Alles andere ist wertlose Zeitvergeudung. Das ist sozusagen Irrtum. Konkret bedeutet das nur wir 2020. Am Sonntag, am Wochenende, sind die nächsten Reformgespräche, Parteiprogrammsentwurfsvorgespräche zwischen wir 2020 und nextscientistsforfuture.de angesetzt. In der ersten Runde ging es ja um die Kombireform, Ernährung, Gesundheit und Pflege, um die Demokratie- und Politikreform und ähnliche Dinge. Und immer ging es da natürlich darum, aha, wie der vorteilbringende Irrtümer aussterben lassen durch positive Anreize. Und dann, es wird aber auch nicht funktionieren, ohne dass wir 2020 es schafft, Bodo Schiffmann zu bitten, Parteivorsitzender zu werden. Denn also ohne prominente Persönlichkeiten wird sich in Deutschland nichts verändern. Es wird niemals eine neue Partei ohne alle möglichen prominenten Persönlichkeiten entwickeln. Deswegen wäre es auch gut, wenn das Ganze dann möglichst bald auch mit Sucharit Bhakti, Wolfgang Wodak, Stefan Homburg und all den anderen prominenten Ärzten stattfinden könnte. Jetzt am Sonntag, wie gesagt, hat ein Professor, ein Dr. Med und ein Zahlenspezialist von den nextscientistsforfuture zugesagt, sodass dann die nextscientistsforfuture am Sonntag vielleicht zu viert sind. Dann wird dann noch ein neutraler Theologe dabei sein, der schon bei Maischberger war. Und dann die Parteimitglieder mit dem Doktor der Physik, der das Ganze wieder moderieren wird. Und das bedeutet also, nur das hat eine Chance. Vergessen Sie alle anderen Aktivitäten. Sie können auch vergessen, alles andere zu hören, weil das ist alles nur Zeitvergeudung. Das ist alles nur Irrwege und so weiter. Nur wir 2020 mit idealerweise Vorsitzendem Bodo Schiffmann plus die externen Politikberater Weltrat und nextscientistsforfuture.de zusammen mit am besten gelingt es auch noch Prof. Bhakti, Dr. Wodak, Prof. Homburg und Hockertz und wie sie alle heißen dazu zu gewinnen. Und nur wenn sie als Zuschauer diesen helfen, dieser Gemeinschaft helfen, dann rettet das Deutschland vor Markus Krall und dessen bürgerlicher Revolution. Wir machen jetzt also sozusagen eine friedliche, mittige Revolution der Gesellschaft, wobei die nextscientistsforfuture und sozusagen Weltrat eher deutlich mittelinks sind sozusagen. Aber das spielt ja keine Rolle, auf jeden Fall wird das eine durch und durch, ja kann man sagen, vielleicht mittelinks vernünftige Lösung. Und das rettet dann Deutschland vor einer möglichen bürgerlichen Revolution, das Dr. Markus Krall, denn diese wäre wahnsinnig gefährlich für uns. Und das mache ich jetzt gleich nochmal an einem Beispiel, wenn ich hier erst mal das vielleicht ein bisschen zurecht gerückt habe. Ja, 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 so würde ich es doch sagen. Bleiben, lassen wir es mal bleiben. So, wo ist das Problem? Warum ist Dr. Markus Kralls bürgerliche Revolution so gefährlich, obwohl er doch manche vernünftige Gedanken äußert? Warum sollte das so gefährlich sein? Werden dadurch etwa vorteilbringende Irrtümer erzeugt? Wie heißt die Formel? VIs aussterben lassen durch PAs, also vorteilbringende Irrtümer aussterben lassen durch positive Anreize. Wie begünstigt die Vorstellung von Dr. Markus Krall von freiem Markt und freier Arbeitsteilung die massenhafte Ausbreitung von vorteilbringenden Irrtümern, die ja nichts anderes darstellen als letztendlich auch eine Gehirnwäsche und eine Massenmanipulation der Weltbevölkerung. Wie begünstigt er das? Ja, zum Beispiel freier Markt bedeutet, bleiben wir in der Waffenindustrie zum tausendsten Mal. Das ist ein wahrheitsorientierter Waffenhändler und der erzählt die erste Geschichte. Wir müssen davon ausgehen, dass vor 400.000 Jahren die Menschen, unsere Urgroßeltern, pazifistisch gelebt haben und Gewalt und Krieg fast praktisch gar nicht mehr kannten, weil sich ein effizienteres Lebenssystem herausgebildet hat, das auf Kooperativität gestützt war. So, und jetzt kam dann der freie Markt, den Dr. Markus Krall so toll findet, der spricht von freier Marktwirtschaft. Was passiert? Hier haben wir den wahrheitsorientierten Geschichtenerzähler, den ersten Frühhändler und Früharzt und der ist erzählt wahrheitsorientiert. Und er erzählt keinen Vorteilbringenden Irrtum, sondern er erzählt eine Wahrheit, also keinen Irrtum, sondern Wahrheit. Und er sagt, ja, da hat eine Kommune die andere nachts besucht und das war ein rauschendes Fest der Liebe, die Getränke flossen in Strömen und so weiter. Und hier kommt nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion vielleicht sein Geschwister und der irrt sich und ist auch Frühhändler und Früharzt, ja, und der irrt sich jetzt. Und der hat Übersetzungsprobleme und der erzählt die Geschichte so, weil er die Sprache nicht versteht, irgendwie die Ursprungssprache dieser Geschichte nicht verstanden hat. Der hat die Geschichte ganz anders verstanden, weil der in der Fremdsprache nicht so gut ist, sozusagen. Und der hat verstanden, ja, eine Kommune hat die andere nachts heimgesucht und das Blut floss nur so in Strömen. Es war ein Blutrausch, ein Fest des Blutrausches. Was passiert? Dieser Irrtum führt dazu, dass die Zuhörer Angst bekommen. Die kaufen ihm seine mitgebrachten Steinexte rasend schnell ab, weil sie denken, sie müssten sich schützen oder sie überlegen, ob sie Präventivkriege machen und die anderen töten, bevor die sie töten können. Und er verdient unheimlich viel, also er hat viel Erfolg durch den Verkauf. Er kann hier zwei Kinder, drei Enkel, zwei Urenkel ernähren und baut ein Waffenindustrie-Imperium auf als früher Händler mit Waffen, mit Konsumgütern und mit medizinischen Leistungen und so weiter. Er wird quasi der Vorläufer der modernen Waffen- und Rüstungsindustrie, der modernen Pharmaindustrie und Medizinindustrie und der Vorläufer der Konsumindustrie. Und überall schleppt er seinen, seinen vorteilbringenden Irrtum, zu dem sich später noch laufend weitere vorteilbringende Irrtümer tun, den schleppt er mit und der wird zur Gehirnwäsche. Und die Gehirnwäsche sieht ungefähr so aus, dass wirklich zum Beispiel viele Amerikaner zutiefst von diesem vorteilbringenden Irrtum überzeugt sind. Die Menschen sind blutrünstig, angriffslustig, aggressiv und Krieg gehört zur Natur des Menschen und deswegen müssen wir als United States zum Beispiel auch ein kriegerischer Staat sein, weil das ist nun mal die Natur des Menschen. Und dieser vorteilbringende Irrtum, der breitet sich dann überall über die Welt aus und führt dazu, dass wir einen Krieg nach dem anderen kriegen und wer verdient immer daran? Die Nachkommen unseres ersten Waffenhändlers sozusagen, mit seinen vorteilbringenden, mit deren vorteilbringenden Irrtümern. Wie lassen wir nun diese vorteilbringenden? Wie war das? Der Satz hieß, und dieser hier konkurriert natürlich den aus, zum Beispiel hier diese zwei Kinder und die drei Enkel, die konkurrieren hier das Kind, den Enkel und den Urenkel und so weiter aus, sozusagen, sodass dann diese Linie hier ausstirbt von dem wahrheitsorientierten Früharzt und Frühhändler, während der sich irrende Früharzt und Frühhändler mit seinen vorteilbringenden Irrtümern sozusagen die wegkonkurriert auf dem freien Markt und der hat den größeren Verkaufserfolg und so. Und das bedeutet also jetzt, dass der freie Markt den Dr. Markus Krall so sehr lobt, die tiefe Ursache für alle Kriege und übrigens auch alle anderen Übel der Menschheit ist, sozusagen. Und deswegen geht es darum, dass wir die Menschheit retten müssen vor der bürgerlichen Revolution des Dr. Markus Krall. Denn sie würde uns wieder noch mehr Kriege, noch mehr vorteilbringende Gefährlichkeits- unter Überschätzungsirrtümer einer wild gewordenen Pharma- und Impfindustrie produzieren und so weiter. Also alle Übel der Welt würden größer werden durch Dr. Kralls bürgerliche Revolution. Und ich hoffe, ich habe damit erklärt, jetzt fehlt nur noch, vorteilbringende Irrtümer aussterben lassen durch positive Anreize. Jetzt müsste man also zum Beispiel den positiven Anreiz so setzen, den Waffenhändlern, ja, dass die UNO die Zahl der durch Waffen getöteten Menschen weltweit oder regional bezogen, wie auch immer man denn die positiven Anreize setzen will, misst und zählt. Und dann werden die, zum Beispiel die deutschen Rüstungskonzerne, zuständig gemacht für die Friedensförderung in entweder einer Region der Welt oder für die ganze Welt oder regional zuständig für bestimmte Regionen. Und dann, wenn die Zahl der Getöteten innerhalb des nächsten zwölf Monate um fünf Prozent zurückgegangen ist, dann erhalten sie von der Regierung unabhängig von der Frage irgendwelcher Produkte erst mal die gleiche Gewinnspanne oder die gleichen, ja, Dividendenausschüttungen und so weiter an die Aktionäre oder was auch immer, wie man dann genau die positiven Anreize setzt. Aber der Entscheidende ist, dass die Anreize so gesetzt werden müssen, dass Friedensförderung, die nachweislich und bewiesenermaßen auch zu mehr Frieden in der Welt geführt hat, dass das gezielt belohnt wird. Und dass das nichtbewusste Fördern von Kriegen durch vorteilbringende Irrtümer, an die man glaubt, die aber letztendlich kriegstreiberisch wirken, dass das nicht mehr belohnt wird. Und dann sterben sozusagen entweder, trennen sich diese Firmen ganz schnell von ihren vorteilbringenden Irrtümern oder sie rücken in die Aussterbensposition und gehen pleite, weil sie ja dann quasi jedes Jahr weniger Geld bekommen, wenn sie es nicht schaffen, Frieden zu fördern. Und zu dieser Friedensförderung wird dann auch dazugehören, dass sie Deutschland nur noch mit einem defensiven, pazifistischen, zum Beispiel Raketenabwehrriegel, der alles abfangen kann, was die deutsche Grenze anfliegt oder anfährt oder anläuft. Sodass wir dann also sozusagen einen sicheren Riegel rund um Deutschland haben. Über Europa könnte man jetzt diskutieren, muss man aber nicht reden, weil wenn wir diese Reformen nach diesem Motto vorteilbringende Irrtümer aussterben lassen durch positive Anreize, wenn wir also diese Weltrettungsformel überall anwenden, dann werden Staaten sowieso unbedeutend, weil die Menschen wieder viel stärker regional leben werden und eher in kleineren Einheiten. Schumacher hat, glaube ich, früher mal ein Buch geschrieben, Small is Beautiful, klein ist schön, Small is Beautiful wird dann wieder ein Stück mehr Realität in der Welt. Und wenn dann alle Staaten der Welt pazifistisch geworden sind, brauchen wir auch dann keine europäische Gesamtarmee mehr und von der sind wir sowieso noch weit entfernt. Also können wir uns den ganzen Aufwand auch gleich sparen und sagen, okay, wir belassen die Nationalstaaten und verwandeln die und die ganze Welt in pazifistische Staaten und dann schrumpfen wir das Staatliche langsam auf das gesunde Maß runter, sodass wir dann also lauter pazifistische Staaten haben, die im Prinzip dann irgendwann sogar wahrscheinlich noch nicht mal mehr den Grenzschutz brauchen, aber diese Raketenabwehrregel kann ja jedes Land behalten. Diese rein defensiven, nicht angriffsfähigen Miniaturraketen, Stecknadelabwehrsysteme sozusagen, die sozusagen so lange an einem Panzer rumpieken, bis er nicht mehr weiterfahren kann, sozusagen. Und so wie so ein kleiner Schwarm, der sich auf diesen Panzer stürzt und überall kleine Löcher reinschießt und so weiter, bis er stehen bleibt. Also auf jeden Fall Raketen, die nicht angriffsgeeignet sind, die niemanden wirklich bedrohen und nicht gefährlich sind für andere Länder, sondern und die auch nur eine begrenzte Reichweite haben, nämlich nur die Reichweite. Einmal die Grenze rauf, hoch bis zum All und wieder zurück oder so. Oder ja, einmal hoch bis zum All und dann werden sie im Zweifelsfall im All gezündet. Dann sind sie ja auch weg erst mal. Und so hätten wir also Frieden auf Erden. Und zwar mit welcher Formel? VIs aussterben lassen durch PAs. Also vorteilbringende Irrtümer aussterben lassen durch positive Anreize. Und dadurch ist jetzt nochmal besser verständlich, dass es wirklich nur so geht. Nur mit der neuen Partei, wir 2020 und mit 15 bis 20 Prozent Wahlerfolg bei der Bundestagswahl. Warum ist das möglich? Weil diese Grundformel VIs aussterben lassen durch PAs hat in der Anwendung, also auf verschiedene, auf circa 20 Reformen, in einer simulierten Bundestagswahl, die von einem Partnerinstitut des zweitgrößten deutschen Meinungsforschungsinstitutes unter Einbezug der Ergebnisse eines weiteren Forschungsinstitutes durchgeführt worden war, hatte bis zu 56 Prozent der Wählerstimmen erreicht. Mehr ist sicherlich nicht möglich, weil die restlichen 44 Prozent intellektuell überfordert sind durch diese Formel, weil da so viel Wissenschaft und auch so viel Erfahrungswissen dahinter steckt. Und die Next Scientists for Future mit ihren, da sind viele Professoren dabei, die weit über 50 Jahre Wissenschaftserfahrung haben, die meisten haben mindestens 40 Jahre Wissenschaftserfahrung und die sind in der Lage, also diese Kunst des gezielten Setzens, der idealen Muster von positiven Anreizen sozusagen, die sind in der Lage da, eine wasserdichte und wasserfeste Lösungen durchzuführen, sodass dann am Ende gilt, wir haben es dann geschafft, die vorteilbringenden Irrtümer aussterben zu lassen durch positive Anreize. Und dann haben wir die bestmögliche aller Welten, besser dürfte es dann kaum gehen, jedenfalls bis jetzt aus naturwissenschaftlicher Sicht und dann leben wir tatsächlich in der besten aller möglichen Welten und mehr geht dann halt nicht, weil Evolution ist nun mal ein grausames Spiel und niemand sollte versuchen, dieses Spiel der Evolution jetzt in ein Schlaraffenland zum Beispiel zu verwandeln, das kann nicht funktionieren. Das führt dann nicht zur besten aller möglichen Welten, sondern zur schlechtesten aller möglichen Welten. Also diese Paradiesillusionen, diese Schlaraffenlandillusionen, das sind so Kinderillusionen, das sind so Kinder, die dann irgendwie linksradikal werden, linksextremistische, kriminelle Verfassungsfeinde werden, weil sie träumen von etwas, was nicht geht. Es geht nicht linksextrem, es geht nur linksmitte. Es geht aber nicht, also es geht quasi SPD-Grüne geht, aber es geht nicht linksextrem. Das ist nicht möglich. Denn die Evolutionsgesetze, die Naturgesetze, können wir nicht brechen. Wenn wir versuchen, gegen die Naturgesetze Staaten aufzubauen, dann gehen die pleite. Das sieht man ja an der DDR, an der Sowjetunion, das sieht man an Venezuela. Wenn sie alles versuchen, gegen die Naturgesetze zu machen, dann gehen sie pleite. Die Chinesen haben das rechtzeitig begriffen, bevor sie ganz pleite gegangen sind, sozusagen, und haben umgeschwenkt und haben ein bisschen Respekt vor den Naturgesetzen erzeugt. Ja, und das Ganze hier, diese 56 Prozent, können wir natürlich nicht im ersten Anlauf erreichen. Je mehr Prominente, desto mehr Prozent werden wir erreichen. Also mit Bodo Schiffmann würde wahrscheinlich alleine nicht ausreichen, aber mit Professor Back, die Wodak, Homburg und all den anderen können wir schon mehr Prozent erreichen und vielleicht sogar über 20 Prozent. Aber dann brauchen wir auch, die Prominenz sind eben nicht nur die Prominenten. Wir dürfen nicht unterschätzen, die Realität ist, dass viele Leute, Zuschauer Servus TV schauen, nicht weil sie eine bestimmte Person darin sehen wollen, sondern weil Servus TV oder Ken FM oder 5 Ideen selber prominent sind oder Punkt Preradovic oder RT Deutsch. Also jeder Sender hat seine eigene Prominenz und das zieht Zuschauer an. Also all diese Sender, die jetzt hier aufgelistet sind, ich scrolle sie nochmal durch für die Zuschauer, Kölner Karneval, Oval Media, Stiftung Corona Ausschuss, Nachdenkseiten, Oli, Oli, Nuo Wieso, bis hin runter zu Gunnar Kaiser, Hallo Meinung, Peter Weber, Carolin Matti, MM News TV und so weiter. Wenn die nicht mitziehen, wenn man die nicht mitgewinnen kann, kommt das nicht zu den 20 Millionen Klicks oder so, die man wahrscheinlich mindestens braucht, damit die Partei überhaupt beachtet wird im ausreichenden Umfang. Es geht nicht anders. Und wie gesagt, noch einmal die Aussage, an alle Träumer, die von irgendwelchen Paradiesillusionen, von irgendwelchen linksextremistischen Zukunftsvorstellungen oder rechtsextremistischen Zukunftsvorstellungen träumen oder von der bürgerlichen Revolution träumen. All das ist nicht die beste aller möglichen Welten. Die beste aller möglichen Welten entsteht nur, wenn Weltrat und Next Scientist for Future als externe Politikberater Wir 2020 helfen, ein ideales Parteiprogramm zu entwickeln, nach und nach. Und wo dann überall realisiert ist, VIs aussterben lassen durch PAs, also vorteilbringende Irrtümer aussterben lassen durch positive Anreize. Nur so sind wir geschützt nach dem Motto nie wieder Schweinegrippe, nie wieder Corona. So, und jetzt noch ein paar Kurznachrichten. Mal gucken. Ja, das können wir so lassen. Kurznachrichten. Ja, viele sind im Moment noch auf Corona fixiert und auf diese Illusion, dass ich jetzt endlich Vernunft einziehen würde. Aber wie gesagt, welcher Politiker riskiert jetzt den Gesichtsverlust, dass er sagt, wir haben uns alle geirrt. Wir sind einer Gefährlichkeitsüberschätzung, einem Vorteilbringenden Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtum der Pharma- und Medizinindustrie in Person von Professor Drosten auf den Leim gegangen. Wir haben ein Irrtum, einen Vorteilbringenden Irrtum einer geschäftstüchtigen und geschäftsüchtigen Branche übernommen und sind darauf reingefallen. Das wird doch kein Politiker zugeben. Von was träumen wir nachts sozusagen. Das wird nicht passieren. Das wird man bis zur Bundestagswahl, wird man die Rolle der starken Regierung, der starken Männer beibehalten und daraus den nächsten Kanzler generieren und so weiter. Und da hilft nur 20% für Wir 2020 oder vielleicht 40%, 30% bis zu 56% ist alles möglich, aber ohne dass das im ganzen Internet überall diskutiert wird, also mit Bodo Schiffmann, mit Wir 2020, mit den prominenten Ärzten, mit Next Scientist for Future und Weltrat, ohne das wird das gar nichts. Und ohne die Sender, ohne die prominenten Sender wird das alles gar nichts, kann nichts werden. Keine Illusion, das werden sonst 0,5% bei der Bundestagswahl. Es geht nur über die Prominenz der Sender, über die Prominenz all der nachdenklichen Corona-nachdenklichen Professoren und es geht nur, indem es aus dem Internet dann in Servus-TV schwappt und von Servus-TV in Talk in Hangar 7 und von Talk in Hangar 7 zu Maischberger Lanz und Co. schwappt. Ohne das geht es nicht. Man kriegt keine 20% in Deutschland ohne die großen Massenmedien. Das geht nicht anders. Ja, dann noch einmal zur Ungleichheit der Ideen in der Evolution. Ja, also noch einmal die Kernaussage war ja, denken Sie nochmal an unser Bild der Normalverteilung, die Evolution ist ein Ungleichheitserzeuger. Also bitteschön, alle diese Träumer, diese Schlaraffenland-Träumer, diese linksextremistischen Schlaraffenland-Träumer, die von sozusagen so einer Art Paradies auf Erden, Paradiesgarten auf Erden, ohne Leistung, ohne alles und so weiter träumen, wo sie nichts arbeiten müssen, wo die gebratenen Tauben in den Mund fließen, wo man den Reichen alles wegnimmt und dann alles geschenkt kriegt und so weiter. Das wird alles in dieser Form so nie kommen. Das geht nicht. Das sind Kinderträume. Das sind Kinderschlaraffenland-Träume. Und die Evolution erzeugt nicht nur über Variation und Selektion. Da steckt es ja schon drin. Eigentlich ist der Begriff Mutation und Selektion eine Anfängerformulierung. Es muss eigentlich besser heißen Variation und Selektion. Also über Produktion von Ungleichheit werden Gene sozusagen werden so weit wird Variation erzeugt, dass jedes Kind genetisch ein bisschen anders ist als jedes der beiden Eltern sozusagen. Der genetischen Eltern. Und das ist nun mal Naturgesetz. Und daran kann sich nichts ändern, weil wir in einem Universum der Evolution leben. Es kann sich nicht ändern, niemals. Und das, was viele nicht wissen, ist, dass die Irrtümer und die Wahrheiten, dass auch die genauso mutieren und genauso variieren wie die Gene. Und zwar auch wieder immer ein bisschen anders. Also die Kinder haben eine etwas andere Weltanschauung als die Eltern sozusagen. sagen. Manchmal dann, wenn sie so Kinder und links extremistische Schlaraffenlandträume haben, unterscheiden sie sich sogar manchmal relativ stark von den Eltern. Aber auf jeden Fall erzeugt die Evolution auch alle Varianten aller Ideen. Jede noch so unsinnige Idee, die gedacht werden kann, wird in der Evolution durch Variation und Selektion auch irgendwann durch den Faktor Variation auch erzeugt. Und wenn die sich dann als vorteilbringende Irrtum erweist, dann wird sie sogar massenhaft multipliziert und wird zur Gehirnwäsche und zur Massenmanipulation der Weltbevölkerung. So wie zum Beispiel Karl Marx ist auch nichts anderes im Wesentlichen als einen vorteilbringenden Irrtum, der Waffenindustrie guten Absatz bei revolutionären Bürgerkriegen verschafft hat, sozusagen. Und seine These, seine vorteilbringenden Irrtümer lauten eben, das sind Aufhetzende zur Gewalt gegen Reiche Aufhetzende Irrtümer von Ausbeutung, von Mehrwert Abschöpfenden Nichts Leistenden Bösen Reichen und so weiter. Bei den Nationalsozialisten war das dann, da waren die Bösen Reichen die Bösen Jüdischen Reichen, das spielt keine Rolle, es sind immer irgendwie die Bösen Reichen, am Ende sind es immer die Bösen Reichen und so weiter. Ja, und diese vorteilbringenden Irrtümer, die also der Rüstungsindustrie und der Waffenindustrie gute Umsätze durch Revolutionen gebracht haben, sozusagen, die haben sich ausgebreitet und die treffen sich mit diesen Kinderschlaraffenland Räumen, wo man also alle Tiere rettet und wo Tiere über alles gehen, wo die Natur über den Menschen geht, also die Tiere wichtiger sind als die Menschen, die Natur wichtiger ist als die Menschen, die Umwelt wichtiger ist, alles ist wichtiger als die Nachbarn, sozusagen, das sind diese Kinderträumereien, die sind natürlich durch echte Wissenschaftler nicht, das ist nicht das Bild einer der besten aller möglichen Welten, sondern der schlechtesten aller möglichen Welten, denn das führt in die wirtschaftliche, in den Selbstmord und in die Pleitung. Ja, dann eine andere Kurznachricht, also wenn die Gesundheitsreform, wenn da die positiven Anreize gesetzt werden, dann werden ja die Hausärzte ganz viele Räumlichkeiten für ihren Gesundheitssport und alles brauchen und da muss es immer so sein, dass die Hausärzte grundsätzlich alle Hausarzt und Hausarzt Ersatzpraxen beziehungsweise Teams haben immer Vorrang, immer vor allem anderen Vorrang auf alle Sporthallen, auf alle Bürgerhäuser, auch Vorrang vor der Volkshochschule, Vorrang vor dem Unisport, auf die Unihallen und Vorrang vor den Vereinen, denn wir brauchen nicht mehrere Sportsysteme, wir brauchen nur ein einziges Gesundheitssportsystem rund um die Hausärzteams und wir brauchen nicht hunderte Systeme und wenn dann noch Räumlichkeiten frei sind, dann können ja all die verletzungsintensiven Sportarten, die krankmachenden Sportarten, die schädlichen Sportarten, die umweltruinösen Sportarten wie Rennsport oder so, dann können die ja da noch gucken, was sie machen, aber alles, was Hausarztteams und Hausarztersatzteams brauchen, da wird immer sofort umstrukturiert und die Hallen kriegen immer die Hausärzte dann, wann sie sie brauchen. Vorrang vor allem vor Vereinen, vor vom Unisport, vor der Volkshochschule, vor allem. Alle Räumlichkeiten des Staates, alle städtischen Räumlichkeiten stehen den Hausärzten zur Verfügung. Die privaten Tanzschulen natürlich nicht, die sind privat, aber da müssen und die privaten Fitnessstudios auch nicht, aber die privaten Räumlichkeiten da muss dann vielleicht kaufen die die Städte auf und stellen sie den Hausärzten zur Verfügung oder die Hausärzte müssen halt Kooperationsverträge machen, sodass dann eben die jenigen, diejenigen, die sich einen Hausarzt gesucht haben, selbst kostenlos im Fitnessstudio trainieren können und nur die Hausärzte entrichten sozusagen einen Obolus an die Besitzer des Studios sozusagen oder so oder an die Tanzschule und so weiter, sodass die ihr Honorar dann in Zukunft als Teil des Gesundheitssystems bekommen. Könlein Doktor Ah ja, da war eine Sendung, die Sendung 19 Corona Ausschuss, also dort, wo die nextscientistsforfuture.de vom Corona Ausschuss 12 waren, ab 1 Stunde 47 22 war Dr. Könlein, Dr. Klaus Könlein mit C und K also Klaus mit C Könlein mit K endlich vor dem Corona Ausschuss Nummer 19 und er ist nochmal wichtig, wir haben ihn nicht empfohlen, in die Playlist Nummer 4 reinzunehmen, weil es zu lang ist und zu viel anderes da noch ist, aber er hat nochmal wirklich betont, das, was die next scientists for future immer sagen, dass die vorteilbringenden Irrtümer auch tödlich seien. Er hat sogar angedeutet, dass es sein könnte, dass die gesamte oder der Großteil der Corona Übersterblichkeiten, die irgendwo verzeichnet wurden, durch schädliche Therapien, also durch vorteilbringende Irrtümer im Bereich der Therapie geschehen sind, sodass dann die Therapie getötet hat. Er hat sogar das Wort gebraucht, Iatrogen, also durch den Arzt verursachte Todesfälle, iatrogene Tötungen und so weiter. Das und er hat das auch er hat das ja alles richtig ansatzweise richtig erkannt, dass die Next Scientists for Future schon seit Jahrzehnten wissen, die einzelnen Wissenschaftler schon seit Jahrzehnten wissen, nämlich dass medizinische Therapien töten, was ja auch Dr. Med Gerd Reuter mit TH auch weiß und so weiter. Vorteilbringende Irrtümer, also falsche Konzepte von irgendwelchen Therapien, übrigens hätte es jetzt auch sein können, dass Trump an einer falschen Therapie hätte sterben können, also vielleicht stirbt er auch noch durch irgendeine falsche medizinische Maßnahme und dann sagen alle wieder Corona war es gewesen. Sie sehen Sie Herr Trump, Corona war doch gefährlicher als Sie dachten. So würde das alles laufen. Also vorteilbringende Irrtümer, also Köhnlein hat klar aufgezeigt, dass Ärzte eben oft am Anfang denken, eine Therapie würde retten, in Wirklichkeit ist es die Therapie, die tötet und nicht das Virus. Bei HIV war es auch so zum Beispiel. Damals hat er AZT Retrovir die Leute getötet, ja, das Medikament und es war nicht AIDS und dann sagt Dr. Köhnlein richtig, ja, die Ro-AIDS-Ängst, der größte Teil der AIDS-Angst entstand aufgrund der Tötungen durch die Medikamente, denn wenn so viele Leute sterben und die Ärzte dann nach außen geben, die seien gestorben, nicht an den Medikamenten, sondern an dem Virus, dann ist doch klar, dass die Gesellschaft eine Angst vor AIDS entwickelt. Ja, und das ist genau das, was wir sagen und deswegen sind ja diese vorteilbringenden Irrtümer so gefährlich, nämlich der vorteilbringende Irrtum lautet, eigentlich weiß ich ja noch gar nicht, ob die neue Therapie wirklich gut ist, ich wende sie aber trotzdem einfach an, denn es kann ja nicht schief gehen. Dieser vorteilbringende Irrtum bringt richtig viel Geld, erzeugt viele Tote und die Toten kann man dann hinterher Corona in die Schuhe schieben. So funktioniert die Logik eines vorteilbringenden Irrtums. und deswegen müssen wir die aussterben lassen durch positive Anreize, also wieder VIs aussterben lassen durch PAs. Das heißt, bisher ist es eben so, wenn ein Arzt durch einen vorteilbringenden Irrtum und damit eine falsche Therapie einen Menschen tötet, wird er im jetzigen System nicht dafür bestraft, sondern belohnt. Und die positiven Anreize müssen wir so setzen, dass er eher tendenziell verliert, wenn er jemanden tötet und belohnt wird, wenn die Leute alle kerngesund werden und gesund bleiben und präventiv gesund gehalten werden und so weiter. Und das ist die Kunst. Darauf sind die Next Scientists for Future Wissenschaftler seit über 50 Jahren vorbereitet. Und das können sie. Als Einzige in der Welt können sie das, weil da brauchen sie Routine und Erfahrung und sie brauchen 40 Jahre mindestens naturwissenschaftliche Grundausbildung und ständiges Training. Zum Beispiel ich habe zum Beispiel es gibt ich glaube ich habe ein paar hundert Bücher nur gelesen, weil die ein evolutionsbiologisches Grundtraining darstellen und so weiter gut dann sagt Dr. Köhnlein so Dinge wie Mikrotromben Dr. Buda war übrigens auch dabei also Köhnlein brauchen wir natürlich auch unbedingt eigentlich bei der Partei 2020 den muss die Partei auch noch versuchen zu gewinnen Mikrotromben durch Medikamente und Dehydrierung ja das ist nochmal eine interessante Geschichte also es hat sie herausgestellt dass also wieder solche vorteilbringenden Irrtümer am wirken war nämlich ein bestimmtes Medikament wäre gut und in Wirklichkeit erzeugte dieses Medikament diejenigen Mikrotromben an denen viele Corona Patienten gestorben sind die sind also eigentlich nicht an Corona gestorben sondern an dem Medikament also eigentlich aufgrund des vorteilbringenden Irrtums dass dieses Medikament harmlos sei das war der vorteilbringende Irrtum dieses Medikament ist harmlos in Wirklichkeit wurde da glaube ich ein Medikament mit dem anderen verwechselt dann wurde das zehnfach überdosiert deswegen und dann hat das Mikrotromben erzeugt oder so irgend so was war das jedenfalls spielt ja keine Rolle Hauptsache es war ein vorteilbringender Irrtum dieses Medikament ist harmlos das probieren wir jetzt einfach aus und dann hat es in Wirklichkeit Mikrotromben erzeugt und hat dann scheinbar Corona Kranke erzeugt die aber alle in der Statistik als Corona Tote dann jetzt stehen und in Wirklichkeit waren es Medikamententote also Iatrogene Tote und dann vielleicht ein anderer vorteilbringender Irrtum im alten Pflegeheim naja ist es ja nicht so schlimm wenn wir jetzt zu wenig Personal haben im alten Pflegeheim ist es auch nicht so schlimm wenn die alten Leute mal nicht so viel Wasser zu trinken bekommen so schlimm so schädlich wird das nicht sein und in Wirklichkeit hat diese Dehydrierung bei den Alten auch wiederum zu Mikrotromben geführt und daran sind sie gestorben und würden hinterher wieder anstatt dass man sagt sie sind an Dehydrierung gestorben sagt man sie sind an Corona gestorben ja also der vorteilbringende Irrtum des Pflegepersonals deswegen brauchen wir ja auch die positiven Anreize im Pflegeheim war eben das mit dem wenig trinken ist nicht so dramatisch das war der vorteilbringende Irrtum in Wirklichkeit hat es die Leute getötet und war die wichtigere Todesursache als Corona selber ja dann ja ja Ausschuss ja der Ausschuss der Corona Ausschuss geht ja mit Rechtsanwalt Füllmich so der das wohl so hauptsächlich macht mit den USA Prozessen und so weiter angeht der Ausschuss geht die Verbrechensseite an wir die vorteilbringenden Irrtümer ich habe ja gerade eben gesagt wie die vorteilbringenden Irrtümer sozusagen Menschen töten können die dann angeblich hinterher also durch Fehlbehandlung töten können die dann angeblich hinterher an Corona gestorben seien ne und das bedeutet eben auf deutsch gesagt das Schöne ist dass die Formel für beides hilft also VIs aussterben lassen durch PAs eigentlich könnte man sagen dass VIs nicht nur VIs aussterben lassen sondern auch kriminelle Pläne man könnte noch sagen KP kriminelle Pläne ja muss man aber nicht ich mache es nur mal jetzt um deutlich zu machen welche Rolle der Ausschuss hat VIs und kriminelle Pläne sind eigentlich nur zwei Seiten der gleichen Medaille bei vorteilbringenden Irrtümern ist es so dass der Mensch gar nicht merkt dass er einem Irrtum aufsitzt und also etwas schädliches für die Mitmenschen zu tun neigt während bei den kriminellen Plänen ist es eine Art Verschwörung und eine kriminelle Absicht gegen die Gesellschaft sozusagen und gegen die Menschen also auch zum Beispiel dann wäre es eine aktive Tötung oder so wäre Mord also und die der Corona-Ausschuss kümmert sich um die Seite ob sich nicht doch nachweisen lässt dass da nicht doch kriminelle Pläne irgendwie eine Rolle spielten hat mindestens grobe Fahrlässigkeit oder vorsatz bedingter vorsatz oder was auch immer und wir sagen wir lösen gleich beide Probleme auf einmal da wir die beste aller möglichen Welten schaffen wollen lösen wir mit dem VIs aussterben lassen durch PAs lösen wir gleich mit den VIs auch die KPIs mit auf nämlich die kriminellen Pläne weil es sich dann einfach nicht mehr rechnet Wenn Sie dann als Pharmakonzern Menschen Tabletten süchtig machen wie bei der Opioid Krise also Drogen süchtig machen dann führt das nicht zu mehr Profit wie jetzt im jetzigen System sondern aufgrund der neuen positiven Anreize wenn Sie denn perfekt und richtig und wasserdicht und wetterfest gesetzt sind dann führen Sie dazu dass dieser Pharmakonzern eher pleite geht dann wenn er Schaden anrichtet Ja noch ganz kurz als letzte Kurznachricht noch zum Thema Abnehmen Ich habe den Fehler gemacht Letztens seien Sie also vorsichtig mit Obst die ich habe ja erklärt Sie finden ja auf dem Forum Weltrat also Google Weltrat der Weisen Forum finden Sie unter Gesundheitstipps und Neues ja die Tresor mit Einwurf Methode der einzige funktionierende Weg zum Abnehmen und dauerhaften Schlankbleiben der einzige der echt funktioniert hat und weiter funktioniert ich habe nur den Fehler gemacht Sie müssen immer nur jeden Tag muss die Basis sein eine Packung Gemüse eine kleine Einheit Gemüse einige Einheit Obst und maximal mal zwei Sachen ja machen Sie sich zur Grenze überlegen Sie tausendmal wenn Sie mehr als zwei Sachen auf einmal einkaufen wollen für den jeweiligen Tag dann haben Sie schon zu viel weil Sie dann schon wieder zunehmen ja also immer nur ein bis maximal zwei Einheiten kaufen wenn Sie mehr aufs Band legen beim Supermarkt oder beim Alnatura als zwei Sachen dann stimmt wahrscheinlich was nicht dann sind Sie wieder Ihrer Esssucht anheim gefallen ja also achten Sie drauf auch bei Obst nur zwei pro Tag ich habe 1,1 Kilo zugenommen weil ich sechs Teile Obst gekauft habe und das war einfach zu viel damit habe ich drastisch zugenommen 1,1 Kilo zugenommen aber am Tag darauf habe ich dann wieder nur ein Drittel einer Nusspackung gegessen der Rest liegt im Tresor sozusagen die restlichen zwei Drittel der Nusspackung dann habe ich dazu eine Tube Tomatenmark genommen meine Öle und Nahrungsergänzungsmittel Schluck Wasser habe ich reingetan und dann schön im Smoothie Maker klein gemacht und das war lecker und da hoffe ich dass ich heute wieder meine 300 Gramm wieder abgenommen habe aber immer denken Sie wenn Sie mehr als zwei Dinge pro Tageseinkauf aufs Band legen sind Sie wahrscheinlich wieder auf einem Esstrip des Zunehmens Obergrenze zwei Sachen idealerweise nur eine Packung pro Tag und nur in Ausnahmefällen wenn zum Beispiel Nüsse da brauche ich Tomatenmark zu suchen na gut dann zwei Packungen bei Obst vielleicht ein Apfel allein wäre vielleicht wirklich ein bisschen wenig für den Tag dann halt ein Apfel und eine Kiwi oder eine große Melone und dann besser nichts mehr und so und eine Avocado und vielleicht noch eine Kiwi oder so aber ja also machen Sie als Obergrenze erst mal zwei ich bin leid geprüft ich habe 1,1 Kilo zugenommen weil ich diese Obergrenze ich habe schon mal zugenommen da habe ich auch die Obergrenze nicht beachtet Obergrenze allerhöchstens zwei am besten eine Packung pro Tag eine Einheit aufs Band pro Tag legen allerhöchstens zwei ja also das war es doch mal wieder mit unserer jetzigen wissenschaftlichen Tagesschau heute und zwar hier also null Partei wir 2020 mit aller Prominenz das Internet Fernsehen es hat eine Chance auf 20 bis 56 Prozent zu kommen und ohne Prominenz können wir alles abhaken brauchen wir eigentlich auch die Gespräche nicht weiterführen wir brauchen jetzt irgendwann diese Prominenz ja und die Sendung die zwei Sendungen müssen auf großen Sendern also wenn sie einen großen Sender kennen bitte weisen sie darauf hin dass er diese unter in der in der Infobox unten der erste Link ist der zur ersten Verhandlungssendung über die Kombireform Ernährung Gesundheit und Pflege die muss von großen Sendern rauf und runter von jedem großen Sender müsste die wieder veröffentlicht werden nur so haben wir eine Chance und alle weiteren Sendungen auch Tschüssi bis bald das war's mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau heute Tschüssi hoff bis Bis zum nächsten Mal.